Das hier ist ein AirTag. Hallo. Und das die AirTag-Erweiterungen für den kleinsten Geldbeutel der Welt. Aber warum verkaufen wir denn diese Erweiterung nicht mehr? Hier wird der AirTag ins Bargeldfach geklipst und dann einfach im Wallet verstaut. Das einzige Problem, jetzt ist natürlich im Bargeldfach weniger Platz für, naja, Bargeld. Klippst man den AirTag aber in die Deckplatte, verschwendet man keinen Platz im Bargeldfach. Außerdem ist das Wallet auch um einiges dünner. Ihr braucht übrigens keine Angst haben, dass der AirTag an der Deckplatte verloren geht. Der hält bombenfest.